Hallo, heute wollen wir uns mal die hydrophobe Signaltransduktion anschauen. Alles beginnt mit diesem Molekül hier als Beispiel für ein Steroid, das Testosteron und sein Rezeptor in der Zelle, der Testosteronrezeptor. Das Testosteron kann hier in eine Bindungstasche binden am Rezeptor, wie man hier sehen kann. Aufgrund der hydrophoben Natur vom Testosteronmolekül kann es über die Zellmembran diffundieren und dort an den Testosteronrezeptor binden, wie man hier sehen kann. Und was passiert dann mit dem Testosteronrezeptor? Ohne Steroid wurde der Rezeptor von Chaperonen gehalten, Hsp90, wie man hier sieht. Sobald das Steroid dran gebunden hat, kann der Rezeptor mit dem Steroid abdiffundieren und als spezifischer Transkriptionsfaktor Gene einschalten. Vielen Dank!